Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuchelah und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, er gibt es mir, Sermor. Und für dieses Achievement müssen wir die Generäle der Steinlegion im Schloss Nassria auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während alle Spielecharakter einen Strauß blühender, blutroter Rosen tragen. Und ja, in jeder Instanz gibt es ein ätzendes Achievement und genau dort sind wir jetzt angelangt. Nicht schwierig vom Umsetzen, movementtechnisch oder andererweitig, sondern schwierig, weil es ziemlich random ist. Und was müssen wir dafür machen? Ihr habt am Anfang gesehen, hier im Gang können wir Blumen anklicken. Und wir hatten uns da alle zusammengestellt, beziehungsweise dann auch einen Timer gestartet. Und gucken, dass wir die möglichst zeitgleich anklicken, diese Blumen. Hat den Hintergrund, der Buff der Blumen hält 8 Minuten, obwohl es nicht angezeigt wird, dass der Buff eine gewisse Zeit hält. Und der Enrage-Timer ist 10 Minuten und man wird ihn relativ gut ausreizen können, zumindest war es bei uns so. Ihr müsst euch jetzt hinstellen, möglichst zeitgleich die Blumen drücken. Wir haben einen Timer angemacht von 20 Sekunden. Bei 10 Sekunden haben wir die Blumen gedrückt, bei 0 haben wir den Boss gepullt. Vielleicht könnt ihr das auch so mit übernehmen. Sobald ihr dann den Buff habt, den Boss gepullt habt, ist es so, dass wir diesen Buff umwandeln müssen. Und zwar in den Blutrote-Rosen-Buff. Und das machen wir dadurch, dass wir ein bisschen Blut liegen lassen auf den Blumen oder die beträufeln. Und wie können wir das machen? Über zwei Fähigkeiten. Wir haben erstmal von Generälin Karl einen Debuff auf den Tank, beziehungsweise erstmal eine Fähigkeit. Die nennt sich Zacken-Hieb und die verursacht körperlichen Schaden auf den Tank und hinterlässt einen Debuff, der gezackter Riss heißt. Und der tickt alle eine Sekunde mit ein bisschen Blutungsschaden. Und hier ist es jetzt so, dass wir mit diesem Blutungsschaden unseren Stack hochstacken können auf den Blumen. Der stackt dann bis auf 50 hoch und wenn ihr 50 Stacks habt, dann ist im Endeffekt der Buff umgewandelt. Ihr habt die blutroten Rosen. Jetzt ist es so, dass natürlich für die restliche Gruppe auch noch einen Debuff geben muss, dass die ihre Blumen noch hochstacken können. Und da haben wir zum Glück noch einen zweiten Debuff. Und zwar schimpft sich das Ganze dann heimtückische Klinge. Das ist eine Fähigkeit, da werden random zwei Spieler ausgewählt. Zwischen denen fliegt dann so eine Gläwe hin und her oder so eine Klinge. Und diese bekommen danach einen Debuff. Die nennt sich tückische Fleischwunde. Und diese tückische Fleischwunde ist ein Debuff, wo ihr alle zwei Sekunden Blutungsschaden erleidet. Und dementsprechend auch euren Buff einmal hochstackt bis auf 50. Das Problem ist, das ist halt leider random, wer das abkriegt. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dazu entschlossen, in der ersten Phase erstmal die Beine stillzuhalten. Keinen Schaden großartig auf den Boss zu wirken. Und einfach nur drauf zu hoffen, dass alle Spieler den Buff einmal bekommen. Jetzt ist es so, dass wir hier noch ein paar Probleme haben. Erstmal ist es halt random, wer es abbekommt. Man muss da halt teilweise relativ lang warten. Und hier ist auf jeden Fall zu empfehlen, macht das mit einer kleinen Gruppe. Dann ist die Chance wesentlich höher, dass alle mal das Ding abkriegen. Wenn ihr das mit 20 Mann macht, wie wir das als erstes gemacht hatten, keine Chance. Wir haben da ewig rumgeprogressed. Das funktioniert einfach nicht. Jedes Mal ist uns der Buff ausgelaufen oder wir sind in Enrage dann am Schluss gekommen. Also das klappt auf jeden Fall nicht. Wir haben dann zwei Zehnergruppen aus dem 20 Mann Raid gemacht und dann lief es eigentlich relativ gut. So, es gibt jetzt hier aber auch noch eine andere Geschichte. Und zwar gibt es hier diesen einen großen Kreis, der zweimal prockt, der uns den Debuff runternimmt. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und zwar, wenn ihr euch ganz am Anfang in den Kreis einmal reinstellt, dann ist es so, dass die ganzen Dots runtergenommen werden. Also wenn ihr dann gerade den Dot gekriegt habt und hostacken wollt, ist das halt schlecht. Deswegen da ihn dann nicht reinstellen. Und der zweite Hit ist natürlich Schaden, der unter allen aufgeteilt wird. Heißt, wenn ihr diese Mechanik spielt und ihr den Debuff habt, dann geht nicht in den ersten Hit rein, sondern erst in den zweiten Hit, wo ihr den Schaden abfangt. Sonst ist euer Buff wieder weg und das ist natürlich nicht das, was ihr haben wollt. Ja, also da ein bisschen aufpassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Klassen, die einen Spott haben, also zum Beispiel einen Paladin, einen DK und so weiter, die können einfach zwischendrin mal den Boss spotten und sich den Buff holen. Wenn ihr Timer habt wie DBM und Konsorten, könnt ihr ja einfach schauen, wann Karl einmal diesen Zackenhieb einsetzt. Das ist, glaube ich, alle 20 Sekunden einmal abspotten. Dann spottet der richtige Tank wieder gegen, sobald er dort drauf ist. Und ihr könnt euch das damit auch hochstacken, falls ihr ein bisschen Pech habt bei den Klassen habt, könnt ihr das damit kompensieren. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ein paar Tries braucht es vielleicht, bis ihr es auf allen schafft. Wenn ihr eine kleine Gruppe habt, also bei der kleinen Gruppe, ging es bei uns tatsächlich auf den First Try. Ihr habt acht Minuten, dann verschwindet der Blumenbuff und dann müsst ihr es neu machen. Enrage ist zehn Minuten. Wir sind halt relativ lange in der ersten Phase geblieben und sind dann erst in die zweite übergeswitcht und haben den Boss dann halt schnell weggeburstet, als es alle hatten. Achso, ich kann euch noch empfehlen, einen Add-on. Instant Achievement Tracker heißt es. I-A-T. Da sieht man an der Seite relativ schön, wer das Ding schon fertig hat. Da ist es grün gemacht, beziehungsweise dann sieht man noch die Anzahl hinten in den Klammern. Wir haben das Achievement jetzt hier gerade eingetütet und ja, schwer ist es eigentlich nicht. Bloß ist es halt random und wenn ihr Pech habt, dann chargt halt zehnmal hintereinander den gleichen an mit ihrer Klinge und das ist halt ein bisschen ätzend. Gut, das war es eigentlich mit dem Achievement Guide soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Achievement Guide wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.